unfassbar ey richtig gut was geht ab leute hier ist gerade aus dem studio er hat möglich gemacht ihr werdet es nicht glauben jj ist am start bei uns im energy studio ihr kennt sie aus pomi big brother kennt sie von überall her und wir sind halt nur hier im studio kann sein dass die musik jetzt nicht mehr läuft es läuft doch musik das video ist wichtiger so er wie man ein bisschen bisschen action jackson mit jj wir machen wir gehen gleich live ins radio und ja könnt ihr mal auf herz drücken damit krause weiß dass das auch was schön ist das fliegt dann so durchs bild da sind da auch wenn ich habe ich habe nämlich wir haben gestern im studio oder woher was auch deswegen kann ich auch nicht so lange sein ich bin genau sieben minuten mit euch also diese herzen und gleich was gegen hier haben wir haben das ist ja das ist ja wie als mit einer so ok wir werden immer größer kennt ihr das wenn einer so seiten blasen rausküste okay wir machen zurück wir haben das von ganz viel das war's jj ist gerade abgezogen she has left the building und jetzt nicht allein im studio weil krause der ist keine ahnung auch auf klo oder so auf jeden fall bin ich jetzt allein im radio und quatsch mit mir selber weil ihr habt gesehen jj kam vorbei wer soll noch vorbeikommen im studio wir versuchen alles möglich zu machen schreibt es einfach in die kommentare und wir geben unsere größte mühe dass das auch funktioniert peace